Servus miteinander und herzlich Willkommen zurück bei Lost Planets Extreme Condition. Ich mag das Spiel. Einfach deswegen hier. Mechs. Fetteste Mechs. Okay. Diesmal sogar der bewegliche und der hat einen fetten Laser und ist eh cool. Alter, wie viele habt ihr denn von denen? Ui, 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 ui. Das war so nicht beabsichtigt. Cool war es schon, aber beabsichtigt. Zum Glück sind die nicht wahnsinnig beweglich. Ähm, der nächste. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Dem mach ich nicht so wahnsinnig viel Schaden. Außer mit dem voll aufgeladenen Laserschuss. Der scheint doch ein bisschen Schaden zu machen. Wow. Oh, was war das denn? Ich hab nicht mehr gesehen, dass mich was getroffen hat. Äh, hat es dem was gebracht? Oder hat es mir was gebracht? Äh. Ja. Achso, das macht ihm auch sowas. Das ist super gut. Ah, shit. Ich hab... Wow, 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 wow. Wie ist noch der Hinterschaft? Okay, der schießt da wild um sich. Äh, krieg ich den noch? Krieg ich den noch? Komm, 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 komm. Ja, komm, das geht doch, das geht doch. Wow, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Wow. Der hat hier, äh, unangenehm in Mengen Schaden gemacht, aber ich hab ihn ja fast... Fast ist er tot. Fast ist er tot. Vielleicht krieg ich nicht mit dieser Schotflinte hier tot. Ich weiß es nicht, ich hoff's. Ich kann es nur hoffen im Moment. Äh, okay, dagegen kann ich jetzt erstmal nichts tun. Äh, aber er hat sich jetzt... Mir hat er sogar einen Gefallen getan. Wenn er jetzt nicht anfangen würde, wild durch die Gegend zu ballern. Okay, der tut mir doch keinen Gefallen, äh, weil er nämlich... doof ist. So. Ähm, okay, komm ich da trotzdem noch irgendwie hoch? Das wär cool. Hier weg. Okay, damit komm ich tatsächlich noch hier hoch. Und damit, äh, hab ich jetzt eigentlich eine relativ gute Chance, ihn relativ ball zu zerlegen. Gatling-Kanone, Gatling-Kanone. Das dazu. Das dazu. Das dazu. Was ist mein Tipp? Mission erfüllt. Okay. Bossfight ist immer gut. Thermal-Energie. Das war jetzt alles nur eine Mission. Also das ist jetzt... Ist bei mir jetzt die dritte Folge, die ich auf meinem Stück aufnehme. Äh, da ist eigentlich eine Mission schon relativ viel. Ja, ja, schon gut. 40 Minuten, also... Man sitzt schon ein bisschen dran. Volcano. Bin mir sicher, da steht Volcano. Also im Kreuzfahrträtseln oder so. Wär jetzt Volcano angebracht. Ach. Du hast einen guten Job gemacht. Einen Mann, die diese gesamte Gebäude verletzt. Kein normaler Mann könnte das wegziehen. Alles ist falsch. Ich kenne keine Signale der Leben in der Region. Wer bist du? Der Name ist Dennis Eisenberg. Ich habe die Nevex-Operation auf diesem Planeten. Und du bist? Wayne. Der hat keinen Nachnamen. Ich finde das so komisch. Das Frontierprojekt ist das, was die Kolonisten von diesem Planeten abschalten wird. Frei von diesem schrecklichen Nachtmärchen. Halb ein Jahr. 50 Jahre ist ein langes Zeit. Einige haben entschieden, unsere Träume zu verlassen. Und sie werden die leckersten Schneepiraten geworden. Es war unsere Schuld, dass es passieren wird. Unsere Linienz mit ihnen war unser Unbeziehung. Aber in der Zeit haben wir eine bestimmte Beziehung für unsere Vorbereitungen. Es gab eine Erklärung. Wenn sie einfach nur auf der Weg gehen würden, und wir aus unserer Beziehung würden, dann hätten wir keine Probleme gehabt haben. Aber sie haben es gemacht. Und deshalb müssen sie den Preis bezahlen. Mit ihren Leben? Manchmal. Es ist niemals leicht, jemanden zu töten, den du zu nahe fühlst. Also, du hast meinen Vater. Du bist ein Vater? Ich? Ich? Mein Vater Ziel war, ein Ende zu dem Frontierprojekt zu bringen. Warum eigentlich? Du bist Gael's, Junge. Was ein schade Ende. Ich wollte Gael, um zu kommen und meinen Traum zu verstehen. Dann zusammen, zusammen können wir es geschafft haben. Wie ist das? Hast du etwas gefunden? Es ist fein, also es ist schwer, eine Antwort zu bekommen. Aber das? Was ist das? Gael ist nicht hier. Aber ich will zumindest Sie sehen, wo ich komme. Wir haben so viel zu tun. Ich bin sicher, dass wir ein Verständnis erreichen können. Wie Sie und Uri haben einen erreicht. Hey, schau mal das! Was ist das? Ich habe ihn mit offen Armen geöffnet. Ich bin nicht ein Leben von diesem Mann. Wayne! Rick hat etwas gefunden. Seine Beiträge haben wir unsere Anfragen vor ein paar Jahre vor. Er war wirklich ein Genie. War? Don't jump to conclusions now. I haven't killed him or anything. He's just resting. Taking a pleasant nap in a place without any distractions. A very... quiet place. The quiet place is the song for the haunted. Too bad. Looks like we won't be coming to any... ...understandings today. Sagt dich The Haunted? In Flames meint ich. The Quiet Place. Geiler Song. Im Sprecherum. Was tun wir nächstes Uhr? Nächste? Hey, we can't just sit around here doing nothing. We all wanna be doing something. Anything. But we don't have any clue where to go next. We don't even know what Nevik is up to. Or, what Yuri is up to. Schlürf. Capri-Sonne! Das 25. Jahrhundert oder so. Und SD-Karten gibt's auch noch. Das sind die Kanäuser. Genau. Wir passen durch diese Kanäuser vor. Aber es gibt auch eine Subterranean-Bereinie unten. Huh? Was meinst du? Na, auf die Filter, die du anst. Ein Bild kann mehr zeigen, als es zuerst sehen. Und hier. Es ist gut hidden. Aber es gibt eine Sizzable Thermal-Energie-Deposit in der Lower Kanäuser. Lava? 5 Jahre vorhin. Eine Prozesse-Planche da unten wurde, und für einen Grunde verabschiedet wurde. Es gibt genug Thermal-Energie, um die Nevik zu verdienen. Seit Jahren. Wenn sie das ganze Zeit nicht geblieben wurde, dann wird es für das Frontier-Projekt ein guter Start gegeben. Es ist nur ein Hunch. Aber... wenn dein Hunch richtig ist... Wayne. Schauen wir es mal. Ja. Also, so viel ist es nicht mehr. Aber wenn die alle noch mal fast eine Stunde dauern, dann... Ja. Dauert das noch hier. Missionsziele. Untersuche die unterirdischen Quelle der großen Thermal-Energie-Kennung. Gehe zurück zum Canyon und suche einen Weg nach unten. Dort findest du die Quelle der Thermal-Energie-Tschuldigung übrigens. Äh, Zielort. In der Tiefe des Canyons. Was ist denn das für ein Ort? In der Tiefe des Canyons. In der Tiefe des Canyons erwartet uns sonstiges. Unterhalb des Canyons befindet sich eine verlassene Anlage. Ich höre jetzt auf mit dem Schmarrn. Die jetzt von den Kriegen bewohnt wird. Sei vorsichtig. Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis... Hoppa. Ich habe das Spiel einfach weggeklickt. Sorry. Sorry about that. Okay. Ich starte mit tausend. Wir werden auch schon irgendwo hinwürfen. Ich bin daheim. Ist das warm? Irgendjemand schießt auf mich? Das finde ich nicht so gut. Ah, okay. Ja, okay. Ich muss euch nicht alle umbringen, oder? Oder wollt ihr unbedingt umgebracht werden? Ich meine, wir müssen nicht. Aber das spricht uns so an und für sich erstmal nichts dagegen. Unter anderem nicht die Tatsache, dass ihr euch da irgendwie gerade gegenseitig erledigt. Hoppa. Ey. Hallo? So. So. Dann müsste die hier alles einfach mal weg. Fisch. Ihre eigenen Typen übrigens inklusive. Junge. Hat jemand gesagt, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die Intruder takes priority over what? Ich würde eigentlich den hier. So. Du nervst. Du nervst auf. Du sowieso. Du hast recht. So. Haben wir es jetzt? Ne, haben wir noch nicht. Ähm. So. Ähm. Ähm. Ich glaube, ich muss ihn in den Kopfschuss verpassen, damit sie ihre Waffe liegen lassen. Just one man. Just one man. Aber einer, der euch ordentlich einheizt. Eigentlich wollte ich gar nicht dieses komische kleine Energiegewehrchen hier. Bleib liegen. So. Tu uns allen den Gefallen und bleib einfach liegen. Ich glaube, ich habe da hinten einen stehen lassen. Ähm. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Das war jetzt schlecht ausgedrückt. Das gebe ich absolut zu. Aber. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe einen Gegner da stehen. Das Alter, da hinten steht so ein fetter Mac. Ich sehe es schon hinter. Hintergrund. Wenn ihr schaut links neben dem komischen Brückenpfeiler da. Das sieht nach einem dicken Mac aus. Den ich mir jetzt einmal vorknüpfen werde. Ich glaube, mit dem Plasmagewehr brauche ich nicht bezwingendes Maschinengewehr. Äh. Hallo? Ich kann mir das mit der Steuerung immer noch nicht merken. Tut mir leid. Da hinten sind auch nochmal so Geschützbatterien. Wow. Da hinten ist gut. Lass das. Okay, sind jetzt wieder Max. Okay. Zwei Gegner weniger. Haha. Hau nicht mehr da das Zeug um die Ohren. So. Achso, ne. Das Sturmgewehr brauche ich jetzt nicht mehr. Ah. So. Wer hat da jetzt auf mich geschossen? Du. Das sollte eigentlich gereicht haben. Das ist irgendwo hinter mir explodiert. Hat das Ding geknackt? Ja. Ich versuche mal einen von denen zu erwischen. Wie viele Munitionen habe ich noch? Fünf. Fünf. Schuss. Nachdem mir bis jetzt noch keine Möglichkeit bekannt ist. Alter. Überall explodiert es. Ähm. Die Max zu kapern. Boah Jungs, ich muss hier mal weg. Das wird sonst langweilig. Also für euch zum Zuschauen. Für mich ist es ganz entspannt. Oh Gott. Ich hätte dem seit einer Aufmerksamkeit wahrscheinlich nur bedingt auf mich lenken müssen. Ich geh mal hier hinten in Deckung. Der wird sicherlich gleich sauer werden. Oder auch nicht. Okay. Ah. Mist. Da unten ist noch einer von den dicken. Okay. Mir ist gerade aufgefallen. Ich habe noch nie probiert, ob man dieses Ding aufladen kann. Aber man kann es nicht aufladen. Also falls sich jemand gefragt hat. Nein, geht nicht. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mehr als fünf. Äh. So. Eins. Zwei. Drei. Headshot. So habe ich euch jetzt mal ein bisschen so dezimiert, dass ihr mir nicht mehr all zu sehr auf den Geist geht. Hehehe. Ah. Das hat echt schon ein bisschen was von hier. Just Cause. So. Hochreichweitengefechte sind gegen die Menschen immer am effektivsten. Ähm. So. Damit bin ich wenigstens gemütlich ein kleines Stückchen weiter runter. Äh. Jetzt bewegt er. Er hat gezuckt. Der zuckt nicht mehr. Äh. Wow. Cool. Dodge Roll. Find ich das auch? Also wenn die Animation drin ist, hätte ich gedacht, dass man es vielleicht irgendwie für eigene Zwecke missbrauchen kann. So. Hm. Sieht aber nicht so aus. Okay. Jetzt muss ich mal dieses Ding hier einnehmen. Das kostet alles so viel Thermalenergie. Okay. Äh. Was liegt hier rum? Äh. Raketenwerfer. Etwerfsraketen. Hm. Hm. Ich bin mir fast sicher, dass ich da irgendwo hinten nochmal bessere Waffen finde. Äh. Bzw. einen Mech. Naja. Das ist gut. Ich sehe da drinnen irgendwas leuchten. Damit gehe ich davon aus, dass es ein Mech ist. Und damit bin ich schon zufrieden. Ich will aber noch einen Raketenwerfer haben. Weil, äh. Wir haben ja vorher gemerkt, das sind auch Raketenwerfer. Also die tragbaren Raketenwerfer von der Infanterie. Relativ praktischen. Ähm. Ich nehme den. Ich weiß zwar nicht, warum ich den nehme. Weil ich glaube, dass der nicht so beweglich ist wie der andere. Oh, doch. Das ist einer von den ganz Beweglichen. Oder? Hä? Irgendwas hatte mir doch vorher irgendwie... ...da hinten hingeschossen, oder? Na gut, dann halt mich. Ein ganz krasser Schockpunkt. Lassen wir das. Die Thermalenergie könnte ich das eigentlich brauchen. Ich habe auch das Gefühl, man verbraucht jetzt, wie weit man kommt im Spiel, immer mehr Thermalenergie. Oh, schade. Oh, schade. Ding, 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 ding. Okay, ähm. Gärtling-Kanone. Äh? Oder so. Ja, die rappelt sich da einfach kurz auf hier, die Jungs. Alter, die schießen mir jetzt immer allein gang den Mech, oder wie? Zielsuchlaser. Zielsuchlaser. Hört sich eh mal gut an. Raketenwerfen nämlich jetzt nicht. Muss ich den aufladen? Geil. Und. Viel Spaß. Verbraucht gar nicht mal so viel Thermalenergie. Cool. Sollte reichen. Okay. Da habe ich auch das Dingens hier. Muss ich jetzt irgendwie raus? Nee. Das wird nicht zwingend müssen, aber sollte. Ich sehe gerade, wir sind eigentlich schon wieder am Folgenende angekommen, aber das machen wir jetzt noch schnell. Okay. Wir pennen. Das hast du davon. Hm. Okay. Gut. Nun. Denne. Würde ich sagen, das war's für heute, meine Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.